Wie gesagt, auf europäischer Ebene reichen die Ziele bei Weitem nicht. Sie reichen auch nicht auf österreichischer Ebene. Auch wenn man in Betracht sich, dass im Bundesrat beschlossen wurde, dass sowohl das Erneuerbare-Ausbau-Gesetz kommt, als auch die ökosoziale Steuerreform. Noch ganz kurz zur Erklärung, das Erneuerbare-Ausbau-Gesetz, das soll die Klimaneutralität Österreich bis ins Jahr 2013.